Homestar von Ewald Schillig. Relax Sessel mit Motor in einem wunderschönen dicken Long Life Leder in schwarz. Ein Modell das aus der Masse der Relax Sessel durch die Leichtigkeit schon auffällt. Hier der Guss in jeder Position fürs Genick manuell zum einstellen und Sie sehen die Armlehne geht immer schön bis nach hinten. Sie haben keine Lücke wie bei anderen Modellen. Ja, einmal ist er hier. Einmal kann ich verkaufen. Ja, wer zuerst klickt, der gewinnt. Viel Vergnügen.